So, komm mit, schnell! Wir müssen jetzt zum Aufzug. Bevor wir festfrieren, an Geländer! Oder bevor unsere Arschbatton zusammenfrieren. Das wäre wirklich schlimm, oder? Na! Das hat sich gerade gekillt. Und wir sind oben auf einer Lande-Plattform. Nein, du bist oben. Und die Zuschauer. Und die Zuschauer. Stimmt, da sind wir. Okay, wir müssen dieses... Ich muss doch jemanden sehen, da. Sag ich doch. Äh, wo wird man hier aufzuhören? Bei den Fahrstühlen. Ich muss mich auch mal wieder, äh, beheizen lassen. Und weg! Ich hasse euch, Jäger! Weg! Wow, wow. das ist gerade neu am liebsten selbst die kräft da passt so aus dort waren die geile die erste volle Karte die die lieben Wie lange ist das denn noch hier? Verdammt. Verdammt. Es ist jedes Mal dasselbe. Ich hasse es. Weg. Weg. Boah. Feiner wäre es zu Ende gegangen mit mir. So langsam habe ich genug. Das ist mein Glückwunsch. 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 Na toll, das konnte ich gar nicht mehr frieren. Kann zum nächsten Level auch noch. Sam, you're freezing. Quickly find a real place. Dies geht hier auch noch. Ja, ja, Prost. Alter, ich bin voll pro. Weiß ich auch nicht. Muss am Abi-Gag liegen. Echt, Mann. Obwohl ich gar nicht da war. Oh nein, irgendwas Großes kommt da. Eine Spinne. Toll, jetzt wärmen wir uns an Fässern auf. Das war klug. Wow. Verdammt. Hey, von den Dingern könnten wir eigentlich einen Plasma-Werfer kriegen. Aber nein. Aber nein. Wow. Ja, wir können wieder raus. Wir müssen da drüben hin. Hangar 15, da ist wieder Rakete. Yeah, serious firepower. Oh, da wartet wieder was auf uns. Tot. Oh, Sniper. Wo? Hier. Da, wo drauf stand, Top Street drin. Ha, lol. Und eine Serious Bomb. Oh. Wow. Mein Ofen. Ja, ja. Ich geh mal das Bier. Wo bist du? Komm, im Ofen. Hm? Da oben läuft der Weihnachtsmann. Wo? Geheim an Nikolaus gefunden. Ich will dich nicht. Ja, ich bin im Ofen drin. Im Ofen? Ja. Ja. Ich geh jetzt hier vorne, die ja. Ah. Help. Nee, man verliert schon langsam in der Nähe. Langweilig im Dach. Geh mal hin. Die rutschen ja alle schon voll aus. Nein. 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 Ich sterbe vor dem Herz. Ja, ja. Ich weiß Bescheid. Boah. Aber der Nikolaus eben, der war schon geil. Ah, es gibt ja schon. Uh, was ist das? Vielleicht ist das Leben? Ah, ich verliere gleich wieder Leben. Ich darf nicht erfrieren. Oh. Loll, wie geil ist das? Dann komm mal her. In den Hangar. An der Seite. Hier. Ich hab so ein Geheimnis gefunden. Und hier sind so irgendwie komische Karate-Hasen oder so. Loll. 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 Loll.